Guten Morgen, ihr Schlingel, es ist wieder ein guter Tag. 16 Grad, Sonnenschein. Erste Runde mit Kylo. 12 Stunden ungefähr, 13 Stunden hält er durch, bevor er wieder raus muss. Das ist echt ehrenwert. So, die Ehrenbrüder Enten sind auch am Start. Aber hier sind die übelst misstrauisch. Wenn ich da jetzt hingehen würde, die würden sofort wegfliegen. Die sind ziemlich scheu. Kylo wieder aus seinem Schnüffeltrip. Hol dir mal wieder Schuhe an, Digga. Geiles Wetter, Mann. Geiles Wetter, Mann. Kylo, komm her. Mensch. Komm her, geh hin, Digga. So Freunde, jetzt werden wir ein bisschen im Bett gehören, du hast gerade schon einen kleinen Schluck Milch bekommen. Und hier gibt es wieder Frühstück, Käse, Wurst und Nutella mit Speisequark und eine Folge Monk. Bester Mann ohne Scheiß. Könnt euch alle folgen, Monk von Staffel 1 bis zum Ende. Der Ehrenmann, genauso wie Kylo, der wieder Auge auf mein Brot macht. Hast du Auge, der Hund? So, ich denke, Kylo und ich fahren jetzt nochmal schön spazieren im Wald. Taschenlampe ist dabei, weil es schon dunkel draußen ist. Heute Abend kommen wieder die Homies vorbei, Champions League, Gerill, Männerabend. So, ich denke, Kylo und J. Bean war ein Freund von mir. Till ich hatte in mein Auto, trin' zu steal an Alpine. Tastendlich auf die Straße, zu callen Trüße. Das ist ja, ich denke, Kylo. Denial. So, die Leute in der Hüte sind immer hart. Ich bin zu sprechen, die Tränschen, will ich für ihr gar nicht. Ich bin zufrieden, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, weil ich nicht zufrieden. Ich bin zufrieden, weil ich nicht zufrieden bin. Ich kann mich nicht zum Affen machen, weil ich schon einer bin. Meine Stimme lässt dich kalt, wie der Kühler. Du fühlst mein Schütz so intensiv. Jo. Es gibt jetzt erstmal nochmal ein bisschen künstliches Arne, bevor die Homies kommen. Besser ist das. Heute ist wieder Champions League Time. Holger ist am Start, macht Essen klar. David ist am Start. Kühlschrank ist voll, Digga. Sucuk vom Türken oben geholt. Heute wird wieder gegrillt, Digga. Gegrillt wird heute wieder. Kennt ihr das? Grähen. So, heute gibt es Geflügel, Digga. Lachs, Maiskolben, Sucuk, Geflügelwürstchen, Digga. Und noch ein Haufen anderer Sachen. Soßen, Digga. Eingelegte Peperoni, Bruder. Ich habe so... Mh. Köstlich, Digga. Köstlich. Egal, was für eine Jahreszeit. Grillen geht immer, Freunde. Mh, Bruder. Was für... Die Saison ist zu Ende. Die fängt jetzt gerade erst an, Alter. Grillen geht immer. Egal, ob es regnet, kalt, warm. Grillen geht immer. So, Freunde. Sucuk, Ei, Zwiebeln, eingelegte Peperonis, Maiskolben, Geflügelbörstchen. David hat Fisch. Holger hat auch... Digga, wir haben, Bruder, dick aufgetischt heute. Ooooooh. Guten Hunger, Jungs. So, ich habe gegessen. Jetzt kommen die Crabs und die Fische. Auch Futter. Muss aber erstmal auftauen. Oh, die fuhre ich schon. Jo. Jo. Jo.